Hallo, hier ist Gernot Hassknecht von der Heute-Show. Liebe Spotify-Spackos, macht doch ausnahmsweise mal was Sinnvolles und geht auf heute-show.de oder hört euch die Playlisten der Heute-Show hier bei Spotify an. Ist umsonst. Die Musik hier wollt ihr ja auch umsonst. Und da ihr Abendschweine diese Werbung nicht wegschalten könnt, singe ich jetzt noch Wie schön du bist von Sarah Korner. Wie schön du bist. Seit's